Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Elden Ring. Letztes Mal haben wir Godfrey hier unten den fetten Boss geklatscht. Oh, irgendwas kippt hier an meinem Mikro. Äh, so. Ja, wo war ich? Genau. Und jetzt wollen wir weitergehen in Richtung Erdenbaum und gucken, was hinten abgeht. Wie auch immer, die Leute hier gestorben sind. Oh, wahrscheinlich an dir. Ich wollte gerade sagen, wir haben auch ein neues Rüstungsset. Und einen neuen Ring sogar ausprobiert. Oder drin, besser gesagt. Aua. Aber um zu gucken, wie die Kombo funktioniert. Also die beiden habe ich halt kurz im Off gemacht. So wie Aua, Aua, Aua. Bitte, dass ich mich hält. Geil. Danke für nichts. Pyromatie. Schade. Hier, Pyromatie. Wir sind anscheinend kein krasser Pyromane. Der droppt nichts. Mann. Ähm, ja genau. Wie können wir das ja zeigen? Ich habe halt den Helm, das hier und die beiden Rüstungen einfach angezogen. Habe uns nochmal heilige Angriffs-Buff gegeben. Dafür kriegen wir auch ein bisschen mehr Damage. Aber ich glaube, das macht nichts. Und dann noch das hier ausgerüstet, damit wir Aufrufungen endlich ausüben können. Die können wir auch gleich einmal auswählen. Erstmal kurz. Oha. Eine starke Heilung mitnehmen? Okay. Mach ich gerne. Und dann hierbei Zauber lernen. Wir haben ja einige Steine gesammelt. Wir können das hier mitnehmen. Wir können... Was ist das hier? Linderbelastung durch die Schadelfeule und... Oh ja. Wichtig. Das hier unten ist... Rasende Flamme. Vergiftung. Heilt euch. Und Leute in der Nähe. Gut. Heilung. Dann nehmen wir das für hingegen Vergiftung. Und ich würde sagen einfach... Das. Aber dass wir die Auswahl haben. Können wir uns leveln? Nee. Äh. Aber fast. Warte. Auf haben wir mal acht kleine Ruhen. Nice. Sogar hier sind Leute gestorben. Hm. So. 30 Konditionen ist auch bald erreicht. Sehr schön. Oh. Da oben ist ein Boss. Ich würde auch sagen, ab wenn wir das haben, mit Konditionen auf 30 haben, können wir auf Geist 20 setzen. Und dann eigentlich auf Weisheit Glaube vielleicht noch gehen. Dass wir mehr Zauber freischalten. Falls wir halt welche wollen. Ne. Einmal nochmal die Aussicht genießen. Ach guck mal. Da oben ist das Eisgebiet. Jetzt kann man es ein bisschen sehen. Jetzt können wir ein bisschen hochpieken. Aber ja. Das ist geil. So. Let's go. Wer hier wohl wartet. Das ist geil. Graceless. Tarnished. Was ist dein Wunsch mit diesen Thronen? Ah, Godric the Golden. The twin prodigies, Mikkela and Melania. General Bradhan. Praetor Reichard. Lunar Princess Rani. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. Pillagers emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meagre grave. Felled by King Morgoth. Last of all kings. Oh man. Round 3, huh? Let's go. Aua. Bluteffekt, geil. Aua. Zum Glück hält der Abstand. Ähm. Okay. Ich muss... Stimmt. Wir kämpfen ja gegen Boomer. Stimmt, stimmt. Seine Angriffe waren ja ein bisschen verzögert. Oh, okay. Den Speer, okay. Den Speer habe ich nicht erwartet. Herrlich. Der kam out of nowhere. Bevor wir da nochmal hingehen. Bevor wir da nochmal hingehen. Was ist hier? Ah. Okay. Hier ist nichts. Warte was. Da oben ist ein... Alter. Okay, wie? Finden wir gar nicht erst raus. Wir gehen einfach direkt wieder zu ihm. Was wir... Ah, okay. Nee, nee. Was wir danach machen, müssen wir ja noch nicht hier so sprechen. Erstmal den Boss schaffen, ne? Ich glaube, die Runen, auf die können wir scheißen. Auf die 69 hatten wir, glaube ich. Wir können uns eigentlich schön auf den Kampf konzentrieren. Aua. Boah. Ich dachte, er hebt ihn noch auf. Oha. Okay, damn. Oh, okay. Der hat ein... Der spint gerne. Okay. Oh, okay. WTF. Okay. Den Spin habe ich nicht so krass erwartet. Das war ja ein Dreier-Hit-Kombo oder so. Aber was ich... Merke, wir werden nicht gestaggert. Was ich gut finde. Kann auch an der Rüstung liegen. Ich weiß nicht, ob das hier... So stehen würde. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe irgendwas mit der Tochter gelesen. Ich glaube, das ist es nicht. Er ist, glaube ich, nicht meine Tochter. Oh, oh. Schnell Waffen. Ja, moin. Ja, okay. Chill, chill, chill. Noch ein Schlag, ja. Er wird jetzt? Ja, war klar. Oha, okay. Oha, okay. Oha, das... Der Speer ist echt widerlich. Ich bin kein Fan von dem. Ich bin gerollt. Ich bin doch gerollt. Ach, Game. Wieso roll ich in seine Schläge rein? Yo. Ninja. Boah. Ich komme gar nicht zum Schlagen. Oha. Uh. Abstand halten. Abstand halten. Sehr schön. Okay, komm. Zu nichts gerade. Okay. Vielleicht... Alter. Man kommt hier durch zu nichts. Unfair. Das war unfair. Ähm. What? What? Alter. Oh, der rechts links Schlag ist ja richtig, weil, mal absolute doof. Ähm. Nein. Don't. Aua. Ne. Ich bin oft gespammt. kam nicht aus okay wir testen mal was passiert wenn ich die damage reduction wegnehmer wir testen das mal ganz kurz weil nicht dass ich weiß nicht wie viel mehr schaden ich krieg oder wie viel mehr schaden ich mache das heißt wir nehmen das mal raus aber dann ist halt die sache was nehmen wir wir können halt nichts nehmen wo ich jetzt sage ja finale da kommen wir so weit kommen wir nicht einfach zu werden abwehrfähigkeit eigentlich auch nicht verkürzt die zauberzeit vielleicht macht er irgendwie magie schaden weil sie nicht das hat auch keine buffs glaube ich hätte ich jetzt im buff fertig gemacht oh das wird gerade rein okay ich hab gefet hat ich hab gefet hat ouch oh ich bin tot ne doch nicht okay ja nochmal alles also krass unfair dass er nach dem schlag direkt schlägt ja klar ja das nicht doch eigentlich schon ja okay es wird zwar klar Oh nein, ich wollte nicht schlagen. Ich wollte nicht schlagen. Okay, der hat halt so richtig schnelle Angriffe. Okay, da muss ich gucken, wie wir den machen. Weil dadurch, dass er so schnell schlägt, ich habe halt nur ganz kleine Zeitfenster, wo ich reagieren kann. Ah, Bruder, ich fühle euch alle. Wie auch immer ihr beiden hier gestorben seid, sagt bitte nicht, ihr seid runtergefallen. Wo muss ich kurz sehen? Okay. Ach, die versuchen, ihn zu schießen. Die versuchen, ihn von hier anzugreifen. Wer ist denn hier? Hä? Ähm. Kann Melina hier beschwören? Sie hat eine Sichel. Äh, okay, wir versuchen das paar Mal noch. Wenn ich halt sehe, okay, ich komme nicht mal in die zweite Phase, dann würde ich sie rufen. Sie ist ein Storycharakter, deswegen. Und mit Storycharakteren würde ich schon gerne kämpfen. Ah, das ist wirklich gut. Ich weiß nicht. Aber... ... ... ... ... weh ne auch dieser scheiß Speer alter ich weiß nicht was schlimmer ist ob es der scheiß Speer ist oder die Klinge ganz klein dieser Speer ganz klein dieser Speer boah ist das schlimm ich weiß nicht wo er diesen Speer herzieht aber sein Speer ist schon holy shit ist der scheiße okay wir wollen jetzt auch keine 20 Minuten Folge nur mit ihm ich glaube ich schneide auch den Weg hier mal raus der Vorteil ist wenn ich den Weg rausschneide wir haben nur den Kampf wenn es immer ein kurzer Kampf ist dann ist er gut nein wir haben zu viel gerollt aua hier Sprungattacken sind auch nicht so effektiv gegen den leider alter what the fuck auch dieser Double Hit Death what ah ok das war zu früh gerollt ich wollte trotzdem der wird reindrücken ah doch nicht oh ich hab so gespammt ne mit der Hoffnung dass er noch rechster die aufsteht ist aber nicht ja danke hier bestrafen ja oh ok da hätte ich rollen müssen Note an mich Abschluss halten zweite Phase beginnt ok ein alter aber weil auch äh ok sachen explodieren hier in der gegend kurz vollheilen aua ja ok gegen den schlag was soll ich da tun was passiert hier gerade alter muss kurz dodgen kurz dodgen können wir nicht spielen holy moly was ist mit dir boah das ist geil und die mucke nein boah oh oh sehr schön boah war das nice und wir haben die länder jetzt sogar nicht gebraucht so null ruhen holen wieder ab und können jetzt hier hoch ja jetzt heißt es wir dürfen hier nicht rein geil also bis hierhin durchgekämpft und jetzt ist also hi hello again allow me a moment to converse with you you are unable to enter the earth prevented by the mantle the thorns are impenetrable a husk of the earth trees being that spurns all that exists without the only way to stand before the elden ring and become the elden lord my purpose so i'd like you to undertake to the flame of ruin far above the clouds then i can set the earth tree aflame and guide you down the path oh nice 30 achso ah ok das wird mir direkt markiert tatsache ich dachte ich muss ja gut falsch gedacht anscheinend hey nice ja das ist voll geil okay das ist wir gehen einfach hier runter ach ne das war nicht da äh ok das war bei diesem ne ja genau das war hier beim straßenbalkon ich glaub da war auch der fette baum ne vielleicht sehen wir den auch wieder können nochmal hier einiges nachholen falls er kommt da hier feuer verdammt hat nicht viel gemacht ok mein schlag ging weg ja wir machen schon gut damage muss man sagen wir machen sehr gut damage achja deswegen hasse ich dich stimmt jetzt ich erinnere mich jetzt erinnere mich so ah komm so 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 ruhe im game oder kuss gut dass wir zurückkommen sind instrument gehört ich bin gebetet natürlich hat man vorher nicht bis zudem gerecht wow irgendwo da oben ist der typ der instrument spielt danke für nichts wie gesagt ich würde mich hier einfach ein bisschen mitnehmen wir können ja noch ein bisschen zusammen rumlaufen in der stadt haben wir hier ich glaube nicht den typen habe wir hier nicht bekämpft an dem würde ich mich ändern hey wieso können wir nicht berg steppen frech aua ouch Yo, yo. Was? What? Also, wenn ich so hohen hätten kann. What? Okay, das habe ich ja noch nie gehabt. Ach, das sind ja auch die anderen Crucible Knights, aber der Gefühl ein bisschen kleiner ist als die anderen, die ich gesehen habe bislang. Alter. Und ich dachte, die mit Schild sind schlimm. Toll. Okay, alles klar. Bett. Er dreht sich natürlich direkt um. Was ein Schad. Zack, Junge. Alter, der macht so viel Schaden. Und da man sein Moveset noch nicht kennt. Oh, nein. Diesmal nicht. Stirb. Und dann droppt er nichts. Ey, ich hasse die Gegner. Droppt auf jeden Fall jetzt die Rüstung. Heldenruhne. Okay, what? Heldenruhne? Jetzt weiß ich nicht, was die beste Rune ist. Ich dachte, das ist die Fürstenruhne. Ist die unter der? Tatsache. Ne. Aha. Eventuell brauchen wir Licht. Unerwartet das Haus. Wait, what? Ich komme von hier nach da? Lol. Okay. Okay, dann gehen wir wieder runter. Was bringt uns aber dieser Shotcut? Hm. Egal, jetzt haben wir einen immerhin. Aber das heißt, wir waren da hinten auch nicht. Das heißt, wir können auch den Fahrschul kurz benutzen. Um zu gucken, was hier hinten ist. Liegt hier irgendwas? Nö. Hier geht es auch wahrscheinlich dann noch runter. Genau. Kommen wir hier hin? Wollte ich perfekt lesen? Ja, ich jetzt lesen soll. Wir gehen kurz weg. Steht denn da? Ah ja. Ah ja. Eigentlich dürften wir in dem bisschen mehr Schaden machen, oder? Weil ich heiligen Schaden hier benutze. Also mehr Schaden als normaler Schaden. Hopp. Hopp. Irgendwann wird hier auf den Dächern irgendwas liegen. Und dann ärgere ich mich. Dass ich hier nicht... ...oben war. Aha. Guck mal. Schwarzer Bogen. Hmhm. Ist das vielleicht so ein Set von den Assassinen? Könnte ich mir gut vorstellen. Könnte ich mir gut vorstellen. Was liegt hier? Leiter voraus, dann Abkürzung. Folgen wir ihm mal. Abkürzungen. Hört sich gut an. Ich bin... Aua, aua, reicht. Bin geflasht. Ihr habt's erreicht. Boah, wie ich die... Oh, was im Bait. Hört jemand auf. okay du bist auch weg rennen können leiter voraus dann abkürzung also hier hoch und dann ich trau dem irgendwie nicht doch okay in dem sinne eine abkürzung ja wo kommen wir denn hier raus okay das ist ja mal eine richtig geile abkürzung wir können erst mal wieder rasten weil ich habe wahrscheinlich hier akku das ist geil haben wir 30 30 erst mal 15 jetzt können wir wissen auf unsere fp weg uns konzentrieren bevor wir dann mit anderen werten weitermachen die aktie scheißen haben auf uns looten ganz wichtig so und das kann wieder gehen mission accomplished ach ja ich wollte hier rechts hoch würde gucken was hier ist hier von so einem gegner anwesiert okay ein friedhof schmiedestein 4 also ich würde auch dunkel schmiedesteine nehmen nur so boah der arme der arme das war leichter overkill noch ein steinschwert schlüssel ok ich habe noch so viele von denen aber ich habe doch keine dungeons gemacht also kein wunder dass ich viele von denen habe der steht doch sehr gleich auf geil schotter stein geht da gehen wir mal nicht rein ihr seid mir gefolgt hi i guess der ok der weg er hat leben ausgesucht dann gönne ich ihm das auch was auch er hier gemacht hat akku hier sind wir von hier sind wir letztens runter geschwungen woran sagen vorhin aber vorhin ist es nicht das schon wochen her dass wir das erste mal waren ach nö auch nö nicht du schon wieder oh 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 okay 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 chill 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 ja ja ich hab dich auch vermisst ich hab dich wirklich auch vermisst aber ein bisschen alter hatte viel leben und den muss ich jetzt machen was ist das für ein wwe move aua ich habe gerade auszweichern ja ich bin tot ja oh das ist keine schöne überraschung gebe ich zu ok oh der ist nicht geil der ist nicht geil muss ich den bekämpfen frage mal für einen freund ich könnte auch einfach kann ich einfach runterspringen ja sehr schön weil ich kann doch einfach weiter gehen also nichts hält mich da quasi gut ich könnte da lang gehen ich könnte da rein ah ich will da nicht rein ich erkenne den raum da entliegt loot okay pass auf wir machen so heilen heilen waffen laufen ich glaube der hat uns vergessen oder so oder spieler aber nicht erwartet dass wir durchlaufen okay ich glaube ein free hat haben wir ne na komm nehmen wir den free heavy hat haben wir die hits sind auch free dann nimmt man die auch mit den hit nehmen wir auch noch mit ich sollte weg gehen hätte mir auch gerne früher einfallen können da weg zu gehen der war ich rede mal noch nicht der ist noch nicht ist er tot jetzt er tot der war easy lol was warum können solche gegner solchen loot droppen stell dir vor ich wäre einfach gegangen und ich hätte diese goldene saate noch gebraucht ich hätte mir den arsch abgesucht ne den nicht ich hätte auch ein video geguckt am ende des tages hätte ich auch ein video geguckt aber zuerst hätte ich gesucht muss man sagen aber hier scheint auch eigentlich nicht mehr viel zu sein da oben waren wir da unten waren wir wir können gerne hier runter springen und das hier hinten einsammeln kaputte der schuldigen auf dem drachen waren wir bin auch nur kurz aber ich glaube noch mal da hoch gehen wäre nicht schlecht ok ok moment waren wir hier unten oder sind wir einfach vielleicht waren wir hier unten aber jetzt gerade erinnere ich mich nicht ok doch wir waren hier unten wenn auch nur kurz nein so löschen wir hier aber kurz das ganze leben hier unten einmal aus nein ok 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 falsch ist er die wand sieht doch sass aus ist sie aber nicht ich wollte eigentlich oh oh uh what so mein gott dunkel schmiedestein plus vier nicht ganz bisschen besser bräuchte ich noch lügner voraus als ob hier keine unsichtbare wand ist das heißt hier ist hier bin ich deswegen ist hier nichts ok jetzt habe ich die gegend auf jeden fall erkannt da oben sind wir einmal vorbei gedüst ich glaube hier waren wir noch gar nicht doch da lag mal loot doch hier sind durch gerannt doch 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 hier waren wir genau hier sagt gar nicht fertig nur gett haben ja ich würde gerne ich wollte eine vorbei okay mit der herr springst aber sonst ist hier nichts ok dann nicht dann denk doch nach gibt es noch einen ort wo wir noch nicht waren wir zum drachen kommen keine ahnung bin ich ehrlich aber wirklich absolut kein ach so ok what the fuck dann können wir jetzt hier nochmal umgucken als ob ich genau jetzt zum drachen komme was ein scheiß zufall okay aber ich glaube hier ach hier muss man dahin ich meine scheint ganz so ne als gäbe es hier keinen anderen weg doch noch mal hier rüber jetzt weiß ich nicht ob es hier noch so eine sub area gab das ist jetzt so die andere frage das ist ja hier der main weg gut da war ja was aber hier stimmt hier gab es die arena oh nice ja guck perfekt gut dass wir ihn gemacht haben haben wir elf tränke jetzt mittlerweile und hier unten waren wir noch gar nicht ne oh gott war so zum glück habe ich noch mal nachgeguckt was da liegt hätte ich das verloren ne okay was hat der gemacht ich glaube der die tür da unten geöffnet ist jetzt mein wild gas vorsicht vor scharfschütze lol ok wie komme ich hier safe runter so nice ja genau so ok gucken wir erstmal hier um ich sehe schon hunde hm doch doch was ist hier los wie er gerade in meiner rechnung gelaufen ist stirb so aber die gegend ist zu groß dass sie nur hunde sind da kommt es mir nur so vor ach so da geht es wieder da hoch ah ok muss ich ja da nicht hoch laufen hier aufs dach kommen wir easy peasy holen wir uns das mal ab yo was ist das für ein athlet geht geh weg sprich der wer wird er das er natürlich ein bisschen an unseren hub 说 es her hat Ich will erst mal hier umgucken. Schönen Ausblick. What? Oh, da würde ich hier unten sogar einen Boss erwarten. Wow, ein Runenbogen, wirklich. Ist hier was? Sind hier auch die Finger? Nein. Schwert der geheimen Worte. Okay, das muss ich mir ganz kurz angucken. Was ist das für eine Waffe? Yo. Okay, das sieht geil aus. Unblockbare Klinge. Hört sich geil an. Vorsicht, bösseitige Personen. Abrollen. Wo? Wo? Händler? Guck mal, wer hier liegt. Hier ist ja eigentlich dieses... Dieses, genau. Dieser Geist. Alter, das ist... Finde ich halt irgendwie krass. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich habe alles gesehen. Und dann finde ich diesen Ort nochmal. Oh, nein. Nein. All right. Gleich nochmal hoch. Ach ja, wir können uns hier auch durchkaufen, ne? Stimmt. Gebetbuch der Zweifinger. Oh. Hi. Ich meine, er war... Okay, ja. Okay, die sind böse. Okay, das scheint alles gewesen zu sein. Dann gehen wir kurz nochmal nach oben. Wir gehen mal von hier links. Falls hier ein Boss ist, triggern wir den. Nein. So. Wow. Alles für den normalen Schmiedestein. Okay, was sagen denn die Nachrichten? Besessenes Wesen. Wir gehen mal langsam. Weil ich weiß echt nicht, was hier... Gnade voraus. Okay, ich war hier. Ich kenne die Rüstung. Besessenes Wesen. Okay, ist doch wahrscheinlich ein Lore-Hinweis. Neh ich mal an. Einfach ein Guess von mir. Flug- und fähiger Vogel. Aha. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, danke fürs Zugucken. Das war, was wir gefunden haben. Krass. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Untertitelung des ZDF, 2020